Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Baupolitiker, der die Debatte jetzt eben sehr intensiv verfolgt hat, kann ich sagen, ich denke, wir sind auf einem guten Weg und die Feinjustierung, die jetzt noch notwendig ist, die werden wir hinkriegen. Wir sprechen ja über kaufrechtliche Mangelhaftung und die Reform des Bauvertragsrechts. Das sind zwei wesentliche Punkte, die sich zum einen mit dem Verbraucherschutz beschäftigen und natürlich auch mit der Rechtssicherheit im Rahmen der Bauwirtschaft. Lassen Sie mich das als Baupolitiker sagen, die Bauwirtschaft ist eine der wichtigsten Wirtschaftszweige, die wir in unserem Land haben. Die Bauwirtschaft ist die Konjunkturlokomotiv in unserem Land oder, wenn wir hier die falschen Entscheidungen treffen oder auch nicht. Wir hatten die Diskussion zur Mietpreisbremse und zur Modernisierungsumlage. Das ist sicherlich wichtig und richtig, aber am Ende dient es nur, die Symptome zu mildern, die wir spüren. Am Ende ist es wichtig, dass wir bauen, bauen, bauen und dafür Sorge tragen, dass sich der Markt entspannt und dass dort alle auch tatsächlich die Akteure arbeiten können. Natürlich gehören zum Bau Auftraggeber. Das sind die, die wir besonders schützen müssen. Verbraucherschutz hat für uns oberste Priorität. Gerade im Baubereich, wo es um langfristige Investitionsentscheidungen geht, wo viel Geld in die Hand genommen wird, wo natürlich auch Bauherren, gerade Familien, ein hohes Risiko eingehen, kommt es darauf an, sie zu schützen und ihnen dabei zu helfen, dieses Risiko zu minimieren. Wie oft ist es so, dass das Familienverzweifeln an Mehrkosten oder dass der Bauträger oder das Bauunternehmen in die Insolvenz geht? Dafür benötigen sie unsere Hilfe. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir diese beiden Vorhaben, kaufrechtliche Mängelhaftung und die Reform des Bauvertragsrechts, miteinander verknüpft haben. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir uns dabei auch in der jetzt anstehenden Debatte und Diskussion in den Fachgremien miteinander auch folgende Prinzipien verständigen sollten. Die Vertragsfreiheit ist in unserer Gesetzgebung auch ein wichtiges Gut. Also wir sollten auch nur das regeln, was notwendig ist und nicht überzogen, sondern die Möglichkeit, dass Partner miteinander auch frei ihren Vertrag regeln können, soweit es geht einhalten können. Aber es gibt natürlich Dinge, die wir regeln müssen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir gleiches Recht für alle gelten lassen. Das gilt für den Auftraggeber, für den Bauherrn genauso wie für das Bauunternehmen, das in den allermeisten Fällen ja auch sorgfältig und termingerecht den Bau ausführt. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten auch darauf achten, dass wir den Grundsatz des Verbindenden zwischen den beiden Vertragspartnern herausstellen und nicht zwingend das Trennte, genauso wie es dazu gehört, möglichst auch dafür Sorge zu tragen, dass die Einigung der Vertragspartner, die Einigung ohne Rechtsstreit, ohne andere Auseinandersetzung im Mittelpunkt stehen muss. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Risiken bestehen auf beiden Seiten. Sowohl die Existenz des Verbrauchers, des Auftraggebers steht vielleicht auf dem Spiel, wenn man hier unfair miteinander umgeht. Aber andererseits muss man vor allen Dingen auch die vielen kleinen Handwerker, kleinen Bauunternehmen sehen und nicht zuletzt die Unternehmer, sondern auch die Mitarbeiter. Die zwei, drei, fünf, zehn oder zwanzig Mitarbeiter, deren Existenz eines Bauunternehmens, wenn es hier zu unbilligem in Härten kommt, ja unter Umständen auch auf dem Spiel stehen kann. Deswegen sind die Verbesserungen bei den Ein- und Ausbaukosten so wichtig und auch für die Handwerker und für die kleinen Bauunternehmen so existenziell. Deswegen wäre meine Bitte an uns alle, so wie wir hier zusammen sind, dass wir dieses Gesetzesvorhaben, das jetzt in die Ausschüsse geht, nicht verzögern, sondern es zügig zum Abschluss bringen. Zügig zum Abschluss bringen, das hilft den Unternehmern. Und es ist richtig und gut, dass wir mit den Änderungen im Bereich der Ein- und Ausbaukosten zum einen die Geschäftsbeziehung, ich sage jetzt mal nicht Business, sondern wir sind ja hier im Deutschen Bundestag, ich sage jetzt mal hier, gewerblicher Bereich mit dem Endkunden, aber auch die gewerblichen untereinander geregelt haben und das innerhalb der gesamten Lieferkette bis hin zu den Verursachern. Und natürlich ist es so, wenn ich sage, wir sollten das nicht in die Länge ziehen, sondern sollten es zügig zum Abschluss bringen. Wir haben natürlich sicherlich auch noch Feinjustierungs- und Diskussionsbedarf im Bereich des Bauvertragsrechts. Es ist erst mal richtig, dass wir dort Regelungen treffen, weil ich weiß nicht, einer meiner Vorredner hat es gesagt, wir haben zwar das Werksvertragsrecht, aber das ist ja mehr terminlich, punktuell ausgelegt, wohingegen das Bauvertragsrecht ja den gesamten Zeitablauf, der ja nun mal im Baubereich über einen längeren Zeitraum gibt, besser abbildet und es sinnvoll ist, dort die Regelungen zu treffen. Aus meiner Sicht denke ich, weitgehend unstrittig, wobei natürlich da auch Kritik aus der Bauindustrie kamen. Aber wir müssen Festlegungen zu Mindestanforderungen treffen, auch zu terminlichen Dingen. Ich glaube, das hilft allen. Das hilft am Ende auch dem Bauunternehmer, es ist mehr Rechtssicherheit da, auf der Grundlage man sich auch fair untereinander einigen kann, ohne dass es Auseinandersetzung kommt. Und ich bin auch der Meinung klar, es muss auch ein Anordnungsrecht geben, ganz unstrittig. Wer das Risiko auf sich nimmt, dort eine Investition tätigt, muss auch die Möglichkeit haben, Änderungen durchzusetzen. Aber es muss auf der anderen Seite, und das meine ich auch mit dem fairen Ausgleich, es muss auf der anderen Seite auch für denjenigen, der es umsetzen muss, verhältnismäßig bleiben. Das heißt, er muss tatsächlich auch die Befähigung haben, er muss die notwendige Technik dafür haben, er muss vielleicht auch das Personal dafür haben und es muss auch in seinen sonstigen Bauablauf mit reinpassen. Deswegen ist es wichtig und richtig, dass man an der Stelle auch noch mal nachguckt, dass hier eine sinnvolle Regelung für beide Seiten herauskommt. Weil wir reden zum Beispiel mit der Baukostensenkungskommission auch über die Senkung der Baukosten. Und ein großer Teil sind auch Vorfinanzierungskosten, die ja letztendlich der Bauunternehmer auch tragen muss in diesem Falle. Und das kann man auch nicht überziehen. Da muss es einen fairen Ausgleich untereinander geben. Was ich noch ein bisschen kritisch sehe, jetzt gerade auch, wenn es um das Anordnungsrecht geht, glaube ich, Kollege Hoffmann hat es auch schon angesprochen, dass trotz alledem Abschlagszahlungen in sinnvoller Art und Weise möglich sein müssen und nicht über die einseitige Anordnungserlaubnis dann die Möglichkeit oder die vorher vereinbarte Möglichkeit der Abschlagszahlung ausgehebelt wird. Also da muss auch eine Regelung her, die für beide Seiten vernünftig und vertretbar ist. Deswegen lassen Sie mich ganz zum Schluss noch zwei Dinge sagen. Wir müssen immer aufpassen. Wir haben auf der einen Seite marktstarke Auftragnehmer, also Bauunternehmen, die das vielleicht ausnutzen wollen. Wir haben aber auf der anderen Seite unter Umständen auch sehr marktstarke Auftraggeber, die das natürlich auch in ihrem Sinne ausnutzen wollen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Gesetzgeber, hier dafür zu sorgen, dass es fair zugeht, dass es gerecht zugeht, sowohl auf der einen Seite für die Verbraucher, für den Endkunden, aber auf der anderen Seite auch für die vielen seriösen, fleißigen Bauunternehmen, Unternehmer, die jeden Tag in Deutschland tätig sind und für uns arbeiten. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.